es 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 und herzlich willkommen zu einer neuen skin mod vorstellung ich sage ich heute für den mann Euro 6 von M M die Evo Lion Skin der sieht nämlich richtig schick aus den kann man auch nicht von Moment wir machen es mal anders wir nehmen mal hier alles lakjutsu das ist gleich besser auch hier mal alles lakjutsu wir machen alles mal hier ein bisschen lakjutsu dann sieht man das vielleicht gleich ein bisschen besser Jack und natürlich hier so das sieht schon besser aus und so sieht er dann aus unser ähm das brauchen wir eigentlich gar nicht lakjutsu lassen das kann man schwarz lassen ähm lackjutsu hier sieht man sich besser auch mit dem 500er äh das ist jetzt hier in diesem äh äh skin mit enthalten nämlich hier ist Moment da sind wir und äh das kann man jetzt hier auch sehr schön gestalten das finde ich nämlich sehr hübsch das heißt ihr könnt jetzt gerne rot machen schwarz machen grau machen weiß machen oder 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 das weiße diesen Streifen könnt ihr auch hier so rot machen zack weiß machen das finde ich äh diese Kombination äh von so skin arbeiten finde ich immer sehr sehr toll die äh machen richtig was her ne sieht das selber da kann man sich richtig schön hier ähm ähm gestalten hier alles ne auch hier weiß schwarz macht natürlich jetzt keinen Sinn aber dann vielleicht noch rot das sieht dann auch ganz toll aus ne und das wollte ich euch jetzt hier mal zeigen diesen diesen schönen Skin für den MAN Euro 6 von Madstar den gibt es leider nur für den äh äh von Madstar von SCS wird es den nicht geben das gleich nochmal vorweg und es gibt auch noch ein äh äh Skin vom Evolution äh für den Krone-Trailer den zeige ich euch dann gleich noch so jetzt hier der Krone-Trailer zeige ich euch noch ganz kurz der Skin tschak ihr habt das hier praktisch den Krone-Trailer mit dann hier diesen Streifen und den Escan ja hinten drauf ne das ist hier mit dabei und sieht auch ganz cool aus könnt ihr hier wieder dementsprechend farblich gestalten wie halt beim LKW ne habe ich schon äh erwähnt das könnte eh wieder frei machen das finde ich ganz cool wie man halt möchte ne coole Sache auf alle Fälle so 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 ganz kurzes Fazit also hier diesen Evo Liner Skin für den MAN Euro 6 aber nur von Madstar es wird auch kein Update geben für den Original SCS MAN sondern es ist wirklich nur für den MAN von Madstar ich werde das jetzt mal verlinken damit ihr nicht lange suchen müsst was ihr da genau braucht und ja und für den Trailer ist halt auch nur für den Original von SCS es wird kein Update für den zum Beispiel von Sogard geben sondern nur rein SCS Trailer genau ich hatte vorher vorne die Stoßstange noch vergessen das vielleicht nochmal so am Rande sieht auf alle Fälle ganz cool aus habt ihr Fragen dazu dann einfach kommentieren ansonsten Daumen da lassen Abo für den Kanal nicht vergessen die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem MAN Lion Skin in diesem Sinn oder Evolution Skin Evo oder Evo Liner Skin so jetzt immer richtig in diesem Sinn allzu gute Fahrten machts gut bis bald und ciao und arrangieren Untertitelung des ZDF, 2020